Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Satisfactory. Mit mir, Satric und Justin. Wir sind des Lebens zu schlafen. Gute Nacht. Nein. Wie nein? Tja, ich verbiet's dir. Gewerkschaft, Gewerkschaft! Die gibt's nicht. Doch. Die ist ne erfundene Lüge. Welche Lügen sind nicht erfunden? Hm, alle. Tja, das hab ich jetzt schlau gehandelt, he? So schlagfertig wie ich bin. Du bist nicht schlagfertig. Tachau! Jetzt bin ich nicht getroffen. Ja, du wohnst auch ein paar Dörfer, Städte. Ja, bist du leider nicht schlagfertig. Ja, der Schlag kommt morgen an. Tata, er ist ein bisschen faul so wie ich. Herr Post oder was? Ja, ja. Kriegst ein Brief du nichts von mir. Okay. Improved Medi-Kombat! Yay! Neuer Upgrade! Geil, ich bin besser. Ja, das heißt vielleicht ist sein Metall größer. Echt? Ist schon jetzt größer? Nö. Doch. Ich hab grad nachgeguckt. Oh ja, doch. Jetzt, ja. Ich hab wohl zu früh nachgeguckt. Ja. 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 Das hab ich wohl. Missing Ironroth. Schlagen wir jetzt doch mal komplett realistisch. Aber wir können ja alle wachsen im Spiel ausnutzen. Ne? Ja. Ich mein so, weil ich das gerade gebaut hab, das ist auch nicht legit. Also. Du hast ja schon hier unten. Können wir bestimmt noch eine Kohlefabrik reinstellen? Bestimmt. Aber machen wir das nicht. Warum sollten wir das nicht? Warum sollten wir das nicht? Mehr Strom! Ja! Das ist aber unnötig. Unnötig. Genau, weil mehr Strom unnötig ist. Richtig. Boah, ich werd schon viel zu viel Strom produzieren. Ist doch gut. Nein! Was ist denn zu viel Strom schlecht? Ja, dass du die Ressourcen lieber für was Produktiveres nutzen kannst. Dass wir zum Beispiel mehr Reinforced Ironplates bauen. Die wir für allen Scheiß brauchen, aber nie haben. Oder dass wir endlich schon mal ein Ding machen für diese Steelbeams. Dass wir dafür schon mal ein zweites Ding bauen. Die werden noch grad produziert. Und dann werden sie wieder verarbeitet. Ja, weil wir kein Lager da hingestellt haben. Aber der Anschluss ist da. Mhm. 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 Klar. Oh, da gehst du gerade. Ja. So, Ironplates. Ja. Ja. So fast. Ja, so. Ach so. Oder so. So oder so jetzt. So oder so jetzt. So oder so. So oder so. So oder so. 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 Verstehe. Was das denn? Krasses Gespräch. Oh, das geht nicht. Mhm. Das sehen wir. Oh, das geht nicht. Ah, natürlich. Sehr wichtig. Ich will mal die Aussicht von oben genießen. Die ist gut. Ja, deswegen gehe ich damit so. Freut mich. Kann man jetzt nichts anderes machen, außer beobachten. Ohne Mist. Ja. Keine, keine MG hier oben zum Rumpallern. Nein! Keine Laserstrahlen. Nein! Stuhl zum Gucken. Ist ja mal langweilig. Danke. Ja, nicht du. Ach so. Irgendwo dann hier ein Eisenerz, was wir noch nicht gefunden haben. Klar. Ja, da vorne. Bei unserer neuen Firma ist es eins. Zum Beispiel. Dann sollten wir uns vielleicht mal abfarmen und dadurch Iron Beams herstellen. Wir wollen aber Steel Beams. Ja, Steel Beams. Fuck, ich bin zu blöd zum Runterklettern. Eben. Ha! Ist geschafft. Mal gucken, ob das da hinten noch war und das nicht das Angezeichnete, was wir schon kennen. Beides. Wenn nicht, ist noch 100 Meter weiter entfernt. Sehr gut. Boah, finde ich auch. Gell? Mhm. Muss sagen, ja, freilich. Na, freilich. Genau. Ja. Das wolle ich hören, du. Na, grüß dich miteinander. Grüß dich. Grüß dich. Hey, ich habe den kompliziertesten Weg der Welt gebaut. Und Noah darf ihn dann wieder fixen. Hey. Jawohl, ich hatte ein Eisenerz gefunden. Also können wir hier unsere Fabrik weiterführen. Steel? Ja? Hast du auch Kohle dort in der Nähe? Ja. 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 Perfekt. Von unserer Fabrik von oben. Hä? Das ist nur eine Etage weiter unten. Passt doch. Joa. Oh, Moment. Das darf doch gar nicht sein. Stimmt doch nicht. FALLSCH STOPP! Du bist spät, ich bin schon mitten in der Produktion. Na du. Waffe. Okay. Wir haben wohl ein kleines Problem. Sag mal, spinnst du hier oder was? Hast du ein Problem? Nein. Dein Laufband in dem Kupfer würde den Bohrer blockieren. Also muss ich das jetzt rumräumen. Ja, dann viel Spaß. Also stelle ich jetzt erstmal den Bohrer nur hin und gucke dann wie ich das Problem behebe. Mhm. So, Bohrer steht bereit. Weil wir müssen dieses Eisenerz nehmen, das ist richtig. Richtig und wichtig ist das. Ja, das kriegt in der Sicherheit, das ist sehr wichtig. Und richtig und wichtig. Ja. Yay! Sag mal doch mal. Jetzt rollt das. Fui, dunkel. Nicht genügend Freiraum, weißt du? Die Teile kreuzen sich nicht mehr. Dann spiel immer noch auf Deutsch! Nein. Diefne, diefne. Probieren wir mal ein bisschen zu cheat. Cheating. Nicht genügend Freiraum, WTF! Hast du noch so'n Crystal-Chart zum Overclocken? Äh... Ne. Warum nicht? Weil ich kaum mehr hab. Schade. Vielleicht hättest du das mal irgendwo hin tun sollen, wo's nicht useless ist. Wenn ich hier zwei hätte, wär das ganz gut. Können wir die Volutionen hier auf jeden Fall verschneller an. Von den... Von den... Greenforced. Ich weiß, wo ich zwei Batterien hab. Ja. Ja. Okay. Einer ist bei dir, einer ist in der neuen Fabrik. Bei mir. In der alten Fabrik, weil die so klein ist. Ja. Hast du einfach 50 von diesen Rahmen rausgenommen? Nein. Sondern? Drei. 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 Ich lach... Laber's mich nicht voll. Da waren... Nur 95 drin. Ne, man. Da waren drei. Oh, ich bin doch ein Idiot. Ja, eben. Sag ich ja. Hey. Was, hey? Jetzt hat man das so frech. Okay, dann muss ich mich ja später mal irgendwann um dieses Problem kümmern. Ne. Moment. Du machst alles, was ich mache, immer wieder kaputt. Du bist schuld. Ja, also deiner Kufferproduktion, das gebe ich jetzt ehrlich zu. Das war ich gerade, weil jetzt habe ich sie nämlich neu bauen. Mhm. Bitte mit den... Bitte mit den richtigen, ne? Weil nebendran war einfach auch, ähm, noch ein Eisenerz. Das habe ich aber jetzt zu spät gerafft. Okay. Ah. Du baust grad die Steel-Dinger, sehe ich das richtig? Huh. Ja? Nein, vielleicht? Ich habe gerade mal einen MK2-Bohre eingestellt, habe ich noch nicht gemacht. Aber du, das Ziel deiner Ding ist, dass wir die Steel-Beams bauen, ja? Ja. Okay. Nur damit ich weiß nicht, damit ich jetzt auch so anfangen damit. Ja, komm doch her, dann helfen mir. Ja, ne, das ist ja inkompetent. Nö. Muss schon mal unser nächstes Ziel markieren. Ja, dann komm her. Nee, markiere jetzt unser nächstes Ziel. Ja, komm doch her. Nein, das markiere ich hier. Ja, warum da hinten? Wir brauchen 500 Modular Frames und 150 Motoren. Boah. Das dauert ja noch ewig, wenn in dem Tempo... In dem Tempo doch. Das ist echt noch lang, bis wir die fertig haben. Demodular Frames. Zu 100? 100 Folgen, oder? Ne, nicht 100 Folgen. 100 Minuten, glaube ich. Ich meine Richtung richtig bin. Das schaffen, äh... Wenn die ja 500 brauchen und pro Minute... 5 machen... Was hat's für 100 Minu... Äh... ... bis es... 100 Minuten sein, oder? Ich bin ein Praktabel. Okay. 4 pro Minute macht das Ding dran. Eieieieiei... Eieieiei... Eieieiei... Soll ich dir so zeigen, wo eine Batterie versteckt ist? Ja, gib mal... Das ist eh das Schwachsinn, was du da mit der Batterien machst. Pssst... Du tust hier irgendwo rein, wo das Laufband wahrscheinlich nicht... Was 60 produziert, dann produziert es mehr, aber das Laufband kann nicht mehr transportieren. Ich seh das schon. So was, so'n Scheiß machst du. Na... Okay, wo? Ich hol sie. Na, da hast du schon rausgenommen. Nein. Doch. Nein. Doch, da hast du rausgenommen. Ich hab nichts rausgenommen. Steh ich am falschen? Na? Bis hier? Nein. Ah, da ist er! Wo hast du das Ding rein? Irgends. Da. Nein. Hier. Nein. Das Ding... Nicht hier. Weil hier würde es keinen Sinn machen, weil... Das produziert schon 90 Schrauben, aber das Laufband kann nur 60. Bam. Danke. Wäre nämlich vollkommener Schwachsinn, das zu tun. Ja, also ich... Ich hab das ganz sicherlich ruhig getan. Gut. Warte doch. Ich hoffe es nicht. Es wäre nicht klug gewesen. K-L-U-K. Luke. So, wie kann man die Stealbeams herstellen? Die werden aus Stahlbarren hergestellt und Stahlbarren? Ja, dann aus Eisen und Kupfer und Kohle hergestellt. Okay. Perfekto. Da weiß ich ja wie, da brauche ich nur eine Schmelze rein. Äh und Kohle. Und noch Marine Force Plates, wieviel brauchen wir denn noch? Wie kommen denn hier genug Schrauben an? Hier sollten genug Schrauben ankommen. Was hast du vergessen? Kabel. Kabel ist auch voll. Ne, da hab ich doch noch ein Ding gebaut. Da hab ich schon die Eisenplatten geküpfert, Kabel und Draht. Okay. Also, da hat es richtig viel Platz. Und hier kommen gleich einen Haufen Draht an. Okay, Screws sollten ja auch passen. Wir brauchen mehr von diesen Shards. Shards. Eine hab ich noch. Ja ne, ich geh jetzt auf Erkundungstour glaub ich. Erkundungstour? Ja, Kämpfen und so. Höhlen erkunden und du kannst mitkommen. Cool. Oder brauchen wir noch schnell die Eisenbeams zusammen? Nein, das ist nämlich Stahl und hast du aber noch nicht gerafft, deswegen nicht. Die Steelbeams. Nein. Die müssen auffällig werden. Je früher desto besser, haben wir schon mal anlaufen. Die, die Hüllen. Hm? Die Hüllen meinst du jetzt? Nö, die Steelbeams. Ja, also müssen wir ja die... ...machen. Das steht die Frage nicht. Ja. Wo haben wir denn? Hier hinten dran? Ja. Was hat man dann, wenn du gleich losgehst? Schuhe jetzt noch ein bisschen. Kabel und dann habe ich die neue Nahkampfwaffe. Die Xenoblaster. Da, wenn wir mal zurück sind, machen wir mal die Steelbeams. Mhm. Wobei es eigentlich schlauer wäre, die erst laufen zu lassen, während wir weggehen. Mhm. Damit die schon mal in aller Ruhe produziert. Wer? Die Steelbeams. Sag ich ja. Die sollst du erstmal bauen. Ja, du willst doch jetzt losgehen. Nein, ich baue mir doch erstmal ne Waffe. So, wo ist der Unterschied zu... Wow. Es sieht aus wie ein Lichtschwert. Ich dachte, du brauchst denn, äh, ein Blaster. Ja, das ist der Blaster. Nein. Ne, Xenobasher. Ja, das ist jetzt ein Unterschied. Ich brauche mir doch den Xenobasher. Wenn du noch ne Nahkampfwaffe brauchst, habe ich eine übrig. Ja, danke. Also gehen wir doch jetzt los. Ja, wenn du die nicht mehr bauen willst, wenn du dich da verweigerst. Vorübergehende Verweigerung? Gibt's nicht. Alter. Warum haust du mich? Macht das viel Schaden? Boah. Voll geil. Brauchen wir's zu heilen noch. Mh, haben wir noch ein paar Äpfel und sowas? Nein. Doch, natürlich hab ich sowas noch. Irgendwo hier hatten wir einen Walnussbaum oder sowas. Mhm. Doch, irgendwo hier so ein Baum. Ja, aber das ist nicht, nicht ready. Ja, dann haben wir da hinten noch einen. Ja, ich... Von mir nicht. Ja, dann ist doch so verweckt. Wenn's bei dir geht. Äh, wo ist denn jetzt hin? Oh, das allerwichtigste, was wir machen in der Mitte. Das allerwichtigste, was wir machen müssen ist... Wir müssen hingehen und müssen vorher... ... uns Concrete mitnehmen, damit wir uns hoch und runter bauen können überall. Äh, guck mal, da oben ist eine grüne Schnecke, die du haben willst. Ja, können wir gleich machen. Äh, äh, wie gesagt, wir brauchen erstmal Concrete, damit wir uns immer hoch und runter bauen können. Und zwar echt viel Concrete. Bisher hab ich 116 dabei. Das reicht locker nicht. Und echt viel Concrete. Äh, äh... Wenn wir zur Zeit da stocken im Verkehr, von daher. Vor allem weiß ich die wichtigen, teuren Sachen hier. Ja, das stimmt. Du hast auch einiges da. Ja, weil... Pff, ganz ehrlich, bevor du am Ende... ...woll du dann, äh... ...stirbst und das Zeug nicht wiederkriegst, den du irgendwie totfällst oder so. Dann haben wir sowas richtig coole Zeug. So, das sollte erstmal reichen. Fast 600. So. Let's go to the mall! Okay. Okay, so wie es aussieht, kann ich nicht mehr abstellen. Aber... Egal, ich hab jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stapel voll Concrete dabei. Collecting Green Power... Oh, du musst eh gedrückt halten, cool. Green, was macht das Ding? Das macht die, äh... Wenn's ne grüne Schnecke ist, die schwache Energie abgibt, dann ja. Ja. Das ist die Batterie. Okay. Ich geh... Ich geh... ...schwer... Du hast mir gesagt, das bringt dir nichts. Dann hab ich's vorgelesen und das bringt nichts. Aber die steht, das bringt nichts. Und da hinten ist noch ne grüne Schnecke. Ja, aber das ist auf der anderen Seite. Aber wir kommen jetzt hier wieder runter. So. Auf in die Höhle. Auf den Kampf für Frieden und Raum. Warum? Aber bevor wir das machen... ...beabschieden wir uns, weil wir sind Wichser. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Und dann geht's los in die Höhle. Attacke! Ja, Justin, spoilert einfach. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Justin? Ja? Willst du nicht Tschüss sagen? Nein. Okay, tschüss!